Ghost Flight Jagd durch den Dschungel Von Bear Grylls Es liest Dietmar Wunder Harper's Magazine, Oktober 1946 Tausende Geheimnisse Von C. Lester Walker Jemand schrieb kürzlich an den Wright Field Luftstützpunkt und erklärte, er wüsste, dass dieses Land eine große Menge feindlicher Kriegsgeheimnisse angesammelt habe und ob er wohl bitte alles über deutsche Düsentriebwerke zugeschickt bekommen könnte Die Dokumentenabteilung der Army Air Forces schrieb zurück Leider nein, das wären 50 Tonnen Hinzu kommt, dass die 50 Tonnen nur ein Bruchteil dessen sind was heute die unzweifelhaft größte Sammlung beschlagnahmter feindlicher Kriegsgeheimnisse darstellt die je zusammengetragen wurde Falls sie jemals an Kriegsgeheimnisse gedacht haben und wer hat das nicht und glaubten, diese kämen in Zahlen von 6 oder 7 dann könnte es sie interessieren zu erfahren dass die Kriegsgeheimnisse dieser Sammlung in die Tausende gehen dass die Menge an Dokumenten so groß wie ein Berg ist und dass nie zuvor etwas gesehen wurde das auch nur annähernd damit vergleichbar wäre Daily Mail März 1988 Die Paperclip-Verschwörung von Tom Bauer Die Paperclip-Verschwörung war der Höhepunkt eines erstaunlichen Ringens unter den Alliierten unmittelbar nach dem Krieg um die Beute aus Nazi-Deutschland an sich zu reißen Nur Wochen nach Hitlers Niederlage wählten hochrangige Offiziere des Pentagon etliche als begeisterte Nazis eingestufte Männer aus um aus ihnen ehrenwerte amerikanische Bürger zu machen Während in England ein politischer Streit Pläne verhinderte derartig beschuldigte Deutsche zum Zwecke des wirtschaftlichen Aufschwungs anzuheuern nahmen die Franzosen und Russen jeden auf unabhängig ihrer Verbrechen während die Amerikaner durch ein Netz aus Täuschung und Hinterlist die blutrünstigen Akten ihrer Nazi-Wissenschaftler reinwuschen Die technischen Fähigkeiten der Deutschen sind durch hunderte Berichte belegt verfasst von alliierten Ermittlern die nicht davor zurückschreckten die erstaunlichen Errungenschaften und großartigen Erfindungen der Deutschen zu beschreiben Und so ist es tatsächlich Hitler der zuletzt lacht The Sunday Times, Dezember 2014 Riesige Anlage mit Terrorwaffen der Nazis in Österreich gefunden von Bojan Banschewski In Österreich wurde ein geheimer unterirdischer Komplex entdeckt der kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs von den Nazis errichtet wurde vermutlich zu dem Zweck, dort Massenvernichtungswaffen zu entwickeln darunter eine Atombombe Die riesige Anlage wurde letzte Woche nahe der Stadt St. Georgen an der Gusen entdeckt Man geht davon aus, dass sie mit dem nahegelegenen unterirdischen Produktionskomplex B8 Bergkristall verbunden ist in welchem die Messerschmitt ME262 produziert wurde der erste flugfähige Düsenkampfjet der in der Endphase des Krieges eine kurzzeitige Bedrohung für die alliierten Luftstreitkräfte darstellte Freigegebene Geheimdienstdokumente sowie Zeugenberichte halfen dem Grabungsleiter den verborgenen Eingang aufzuspüren Dies war ein gigantischer Industriekomplex und höchstwahrscheinlich die größte geheime Waffenproduktionsanlage des Dritten Reichs erklärte Andreas Sulzer, ein österreichischer Dokumentarfilmer, der die Grabungen leitet Sulzer versammelte ein Team aus Historikern und fand weitere Beweise von Wissenschaftlern die an dem geheimen Projekt arbeiteten, das von SS-General Hans Kammler geleitet wurde Kammler beaufsichtigte Hitlers Raketenprogramm, zu dem auch die V2-Rakete gehörte die am Ende des Krieges gegen London eingesetzt wurde Er besaß den Ruf eines brillanten, aber skrupellosen Kommandeurs der die Blaupausen für die Gaskammern und Krematorien genehmigte die im Vernichtungslager von Auschwitz in Südpolen zum Einsatz kamen Es halten sich Gerüchte, dass er von den Amerikanern gefangen genommen wurde und nach dem Krieg eine neue Identität erhielt Sulzers Ausgrabungen wurden letzten Mittwoch von örtlichen Beamten gestoppt da keine Genehmigung für Grabungen auf historischem Boden vorlag Doch er bleibt zuversichtlich, die Grabungen kommenden Monat fortsetzen zu können Gefangene aus Konzentrationslagern in ganz Europa wurden anhand ihrer Fachkenntnisse handverlesen Physiker, Chemiker und andere Experten, um an diesem monströsen Projekt zu arbeiten und wir sind es den Opfern schuldig, die Anlage endlich zugänglich zu machen und die Wahrheit zu enthüllen, sagte Sulzer Seine Augen öffneten sich Langsam Wimper um Wimper schellte er die Lieder zurück mühevoll gegen die dicke Kruste getrockneten Blutes ankämpfend die beide Lieder miteinander verschmolzen hatten Risse bildeten sich nach und nach wie berstendes Glas über blutunterlaufenen Augäpfeln Das gleißende Licht schien seine Netzhaut zu versengen als wäre ein Laser darauf gerichtet Aber von wem? Wer waren die Feinde? Seine Peiniger? Und wo in Gottes Namen waren sie? Er konnte sich nicht an das Geringste erinnern Welcher Tag war heute? Oder welches Jahr? Wie war er hierher gekommen? Wo auch immer hier war? Das Sonnenlicht schmerzte höllisch, aber wenigstens konnte er langsam wieder sehen Stück für Stück Der erste klare Gegenstand, den Will Jagger erkennen konnte war die Kakerlake Sie trieb langsam in den Fokus Verschwommen, fremd und monströs begann sie, sein gesamtes Sichtfeld auszufüllen So weit er das sagen konnte, schien sein Kopf seitlich auf dem Boden zu liegen Beton Bedeckt mit einer dicken, bräunlichen Schlacke aus Weiß Gott was So wie sein Kopf lag, sah es aus, als käme die Kakerlake direkt auf ihn zu Als würde sie ihm direkt in die linke Augenhöhle kriechen wollen Das Vieh tastete mit seinen Fühlern nach ihm, verschwand im letzten Moment aus seinem Blickfeld und krabbelte direkt an seiner Nasenspitze vorbei Und dann spürte Jagger, wie es die Seite seines Kopfes hinauf kroch Die Kakerlake stoppte irgendwo neben seiner rechten Schläfe Die, die am weitesten vom Boden entfernt war und offen da lag Sie begann mit ihren Vorderbeinen und Mundwerkzeugen herumzutasten Als würde sie etwas suchen, etwas schmecken Jagger spürte, wie sie zu kauen begann In Hautbiss, Insektenkiefer, die sich einen Weg gruben Er nahm das zischende, hohle Klicken der gezackten Mundzangen wahr Als sie Fetzen faulendes Fleisch herausrissen Und dann, als der Schrei lautlos über seine Lippen drang Spürte er das noch Dutzende weitere über seinen Körper krochen Als wäre er schon lange tot Jäger rang die Wellen von Ekel nieder Während nur eine Frage durch sein Gehirn jagte Wieso konnte er sich selbst nicht schreien hören? Mit übermenschlicher Anstrengung bewegte er seinen rechten Arm Es war nur ein winziges Stück Fühlte sich jedoch an, als versuche er, die ganze Welt anzuheben Jeden Zentimeter, den er den Arm zu heben vermochte Begleiteten sein Schultergelenk und sein Ellenbogen mit lauten Schmerzensschreien Während seine Muskeln unter der jämmerlichen Anstrengung zitterten, die er ihnen abverlangte Er kam sich vor wie ein Krüppel Was in Gottes Namen? War ihm zugestoßen? Was hatten sie ihm angetan? Er biss die Zähne zusammen Und konzentrierte sich auf die schiere Willenskraft, mit der er den Arm an den Kopf zog, die Hand zu seinem Ohr schleppte Und verzweifelt darin herumtastete Die Finger berührten Beine Schuppige, dürre, grausame Insektenbeine Jedes davon zuckend und pulsierend, als es versuchte, den Körper der Kakerlake tiefer in seinen Gehörgang zu schieben Zieh sie da raus, zieh sie raus, zieh sie raus Er verspürte den Drang, sich zu übergeben Doch da war nichts in seinen Eingeweiden Nur ein dreckiger, trockener Film aus beinahe Tod Der alles bedeckte Seine Magenschleimhaut, seine Kehle, seinen Mund Selbst seine Nasenlöcher Oh Scheiße Seine Nasenlöcher Sie versuchten auch dort in ihn hineinzukriechen Jager schrie erneut auf, länger, verzweifelter Das ist keine Art zu sterben, bitte Gott, nicht so Wieder und wieder tasteten seine Finger nach seinen Körperöffnungen Die Kakerlaken traten um sich und zischten ihm ihren Insektenzorn entgegen, als er sie gewaltsam herauszerrte Irgendwann begannen tröpfchenweise wieder Töne an seine Sinne zu gelangen Als erstes halten seine eigenen verzweifelten Schreie durch seine blutigen Ohren Dann erst bemerkte er, wie sich ein weiteres Geräusch dazu gesellte Etwas noch schaurigeres als der Klang von Insekten, die fest entschlossen waren, sich an seinem Gehirn fett zu fressen Eine menschliche Stimme Kehlig Grausam Eine Stimme, die sich an Schmerzen weidete Sein Wärter Die Stimme ließ alles wie einen Sturzbach auf ihn zurückfluten Black Beach Gefängnis Der Knast am Ende der Welt Ein Ort, an den Menschen geschickt wurden, um furchtbar gefoltert zu werden Und um zu sterben Man hatte Jager für ein Verbrechen hier hineingeworfen, das er nie begangen hatte Auf den Befehl eines verrückten und blutrünstigen Diktators Und damit hatte der echte Horror erst begonnen Verglichen damit, in dieser Hölle aufzuwachen Bevorzugte Jager sogar den dunklen Frieden der Bewusstlosigkeit Alles war besser als die Wochen, die er weggesperrt an diesem Ort verbracht hatte Der schlimmer war als die Verdammnis Seine Gefängniszelle Sein Grab Die Stimme